Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wiederholen im Irgendwann und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen. Heute hier am Fire on Monday und ähm ja, zu einer neuen Runde Schatten des Trieges. Wir erobern heute wieder eine schöne Festung. Ähm, boah, ich pfeife jetzt mal kurz, mal kurz mal ein, äh, äh, was ist denn das? Ich weiß gar nicht, ist das so ein, so Haselnuss, äh, Protein, Geschmiere, das haben mir mal Freundin mitgebracht. Kann man machen. So. Okay. Hm, 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 hm. Schicker, hammer, geil, mag ich. Ja, Caro, der Stich, kann man immer mal gebrauchen, so ein Stich. Ja, muss man mal gucken. Das ist, das finde ich natürlich richtig geil, so der Ahenok, die Beste. Ich meine, dass es den, das ist den Ahenok, dass man den kennt, aber der ist halt halt mit dem Sack dargestellt, finde ich saugut. Finde ich, das ist so eine richtige Wohltat heute. Haha. Hm, hm. Das ist ein fetter Tanker, ey, leck mich am Arsch, ey. Der geht ab. Hm. Der Gläubige. Es ist schade, dass die Gläubigen nicht so ein Geschwätz haben. Genauso auch die DLC-Urux, diese Side-DLC-Urux, wie jetzt hier Frag, die Verwüstung. Leider haben wir das nicht, finde ich sehr schade. Aber, man kann ja auch immer mal wieder übernacht, äh, übernachtet werden, genau. Überrascht werden. Kruk-Nachtbringer. Oh, da war, hoffe ich, was. Der Trophäen-Schnitzer. Nice. Der Mystiker. Ich mag den, äh, der hat das auch geil, die Waffe. Mutsu, der Tollkühne. Hm. Tuka, der offensichtliche. Einmal ein schön reingesang. Okay, ja. Nette Festung, auf jeden Fall. Keine Online-Urux. Finde ich super geil. Freut mich extrem, sowas zu sehen. Und auch mal wieder was vom Kriegstreiber-Stamm. Finde ich auch mal schön. Kann man auch machen. Kann man machen, kann man machen, kann man machen. So. Uiuiui. Äh, übrigens mal richtig geil, wie es gerade auch wieder läuft bei euch, meine Lieben. Ähm, hier was, äh, ähm, Shorts angeht. Sau geil. Ich finde es auch krass, dass ihr auch sich so viele für, ähm, tatsächlich, ähm, auch für den, ähm, für Friday 13 interessieren. Ähm, wenn ihr dazu, natürlich, Let's Plays wollt, kann ich, kann ich das, äh, machen. Nur, das wird halt nicht in der Auflösung sein. Ich kann natürlich auch weiterhin Shorts davon machen, wenn ihr euch das eher zusagt. Ich werde vielleicht auch nochmal eine, ähm, eine Rundumfragung machen. Bevor das tatsächlich, wenn ich, wie ich richtig gehört habe, gehen, werden die Server dieses Jahr, ist das letzte Jahr, wo sie, wo sie noch offen sind. Und die werden danach geschlossen. Und, ähm, dementsprechend möchte ich dann vielleicht auch nochmal so ein kleines, ähm, aufbäumen des, des Franchise, also nicht des Franchises, sondern der Videos nochmal machen. Dass es nochmal ein paar Videos davon gibt, wenn ihr das wollt. Ich würde da auch ein paar Shorts zu machen. Ähm, ja, wie ist euch, wie ihr denn tatsächlich darüber, ob es euch interessieren würde, das würde mich dann mal interessieren. Ähm, denn ich fand die Resonanz, die für Friday 13 da war, war krass, also sehr geil. Und, ähm, ja, äh, hol, packe ich nochmal die PS4 aus und dann können wir da sowas machen, denke ich, ne? Oh, leck mich. Ich hoffe, die beißen dir den Arsch. Was sind das für Assis, ey? In der ALA asozial hier. Aber geil, sowas find ich cool, ey. So ein 2, das sich einmischt. Ah, du dumme Sau, ey. Das ist safe ein Brecher, ne? Und ich bin dann der Kammerjäger. Dem reiße ich den Arsch auf. Geh weg, du dumme Sau. Das ist der Nachtbringer. Mit dem würde ich, glaube ich, nochmal reden. Ich kann es nicht erwarten, zu sehen, wie du dich vor Schmerz windest. Die Enttäuschung steht mir ins Gesicht geschrieben. Bleib stehen, du dumme Sau. So lange ich dich aufgehalten habe, du hässlicher Bastard. Also, wenn es euch interessiert. Ich meine, das ist meine Schwarz, jo. Lässt sich auf jeden Fall mal ein. Lässt sich auf jeden Fall machen. Ähm. Würden euch auch, was mich mal interessiert ist, weil ja das mit den Uruk-Encounters, da das ja ganz gut ankommt, ich würde dann tatsächlich, überlege ich sogar, ob wir das auch auf Mordors Schatten dann mal ausweiten, das alte Game dann dazu noch ein bisschen dazu holen. Könnte lustig werden, denke ich mir. Stirb, du dumme Drecksau. Voll vorbeigestochen, aber hat geklappt. Geil. Wenn das Schwert so breit ist, dass man das nicht mehr sieht. So, Manners. Auf die Kacke, Herr und Weidermore. Let's go. So. Ich bin auch jetzt, ich bin auch echt froh jetzt so, ähm, ich habe endlich mal eine schriftliche Prüfung jetzt endlich hinter mir. Die praktische steht mir jetzt kurz bevor. Mal gucken. Bin echt mal gespannt, was da rauskommt. Und, äh, ja. Ich bin froh, dass das dann, dass ich da, dass das nicht komplett alles eingesackt ist, sondern dass mir da echt nochmal das, dass das Ruder nochmal rumgerissen wurde, und hier bei, äh, äh, hier bei, dass wir bei YouTube nochmal die Kurve gekriegt haben mit dem Kanal. Hier sind verdammt viele Tanks dabei, hab ich das Gefühl. Willst du was, du dumme Sau? Hallo? Der guckt ganz erstaunt. Oh, scheiße. Das wird's schon geil, denke ich mir. Hi. Na, tut's weh? Die Schleicherei knappt vielleicht bei den Trotteln. Mich nickst du nicht zu schnell rein. Yo, habt ihr deswegen nur die Hälfte deines Lebens abgezogen? Aber, ey. Oder mehr als das Leben. Mehr als die Hälfte des Lebens. Das sind eigentlich seine Kriege, ist er eben seine Soldaten. Ach, leck mich doch, Himmel hin und rum her. Himmel, Arsch und Wolkenbruch, geh weg. Mäh, in der Fresse. Mann, verpisst euch, ihr Sackratten. Töte mich, wenn du musst. Aber ich habe deine Schwächen erkannt. Und wenn ich es kann, dann kann es auch der Oberherr. Da musst du aber echt schnell gucken können. So schnell, wie ich den erledigt hab. Männer, weiter geht's. Um den Herzlosen kümmere ich mich. Wo war denn der überhaupt ein Freund? Okay. Lass mal auf. Machen wir einmal so. Schnell, zack, 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 zack. Unsere Legionen zermalmen dich. Na, wenn du es schon nicht kannst, die Legionen schaffen es bestimmt nicht. Mann, hört doch auf, ihr dummes Gesochse, ey. Da liegt er. Und da liegt sein Kopf. Lol. Das findet er natürlich nicht schon toll. So, einmal hier rein. Ach, die sind schon durchgebrochen. Geil. Na gut, ist ja auch die stärkste Truppe, die ich in Gorgoroth halb so als Angriff angeht. Also, bei mir jedenfalls und meinen Truppen da da deutlich schwächere. Kostruppen. Gute! Bereit von mir wie eine faule Frucht zerquetscht zu werden? Nee. Dummer Ballläufer! So. Nein, das ist nicht vorbei. Noch nicht. Scheißbrecher, ey. Oh, du dummes Arschloch. Wo ist denn der? Damit legst du mich Ah, du dummes Sau. Friss Schrag und stirb, Bleichhaut. Warum so unhöflich? Was habe ich euch getan? Hat ihm den Arm glatt abgetrennt. Nice, ne? Das kann ich bei dir auch. Komm her! Komm her! Moment, Moment. komm her, du Sau oh ja, machen wir es eben so anscheinend doch ja, hoffentlich, du hässlicher Scheiße, ey das gefällt euch, wa? so der guckt da ablädt aus der Wäsch pardon gibt es nicht bei uns ich bin heute in Mordlaune sehr gut wir haben uns echt gesäubert jetzt sind die hier drin noch dran gut, wir haben da draußen ein massives Massaker angerichtet ich hoffe, das gefällt dir ich hoffe, du weißt meine Arbeit das ist auch nur so ein scheiß Brecher, ey naja, es sind viele Brecher in der Festung gewesen, naja, kann man mal mach so mal immer das verzögert halt alles ziemlich, gell, oder? boah, dieser Hammer, alter das ist eine ordentliche Keule hier are you ready? es gibt es ja erstmal hier dick eine drauf ihr Schweine offensichtlich fängst du dann mit meiner Haut an, du Depp ich will mit dem reden dreht dich in den Arsch, Mann oh, fucking hell scheißen Dreck, Moment der Grau schlägt auf die ein Ork, ich bitte dich nicht diesen einen um den kannst du dich kümmern und bitte aber den möchte ich gerne haben, danke oh, scheiße Junge, der hält ja schon ein bisschen was aufsieht ich will doch nur den das Geschwätz von dem oh, kau mal ein bisschen drauf Moment mach mal den erstmal blatt hier worauf wartest du? ich hab keine letzten Worte abgesehen von diesen gerade offensichtlich geil geil nice sehr schön dir gehen wir jetzt auch saures hier ich brauche eure Leben gebt sie mir stirb du dumme Sau bring ihn ab jawohl, ja cool nice sehr, sehr cool mein Lieb, ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe lasst ein Like, Bewertung, Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal bis dahin, haut da rein blatt dabei, macht's gut eure Leben bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.